So, voilà. Das ist eben schon noch hübsch da, oder? Da könnte man eben schon denken, es sei noch wirklich nett da, oder? Super, oder? Ist jetzt schon verständlich, warum man sagt, die Schweizer seien das glücklichste Volk, oder? Das hat schon sehr Berechtigung, ich meine, so paradiesische Zustände, oder? Kann man wirklich meinen, alles so picturesque, nice, so, eh? Very nice. Die glücklichen Leute, eh? Schauen wir mal das an, super, glücklichen Mal, da ist ein Deutscher, oder was, oder? Ein paar Busig, oder? Jetzt sollen wir mal schauen, das ist eben auch glückliche Deutsche da bei uns, oder? Nicht nur glückliche Schweizer. Jetzt sollen wir mal schauen, was da die glücklichen Leute so machen, da, hm? Schauen wir jetzt mal da. So, hol ich. Hier, hier, hier. Eko. Sie haben hier die Kippen der glücklichen Leute, die hier in ihre Zigaretten liegen lassen, hm? Super. Ich kann noch weiterlaufen, schau mal da. Voilà. Super. Alles so mit Dings dran, da, mit Speicheln und vielleicht noch Erreger. Schau mal, super. Ja, was willst du noch mehr? Überall, du könntest jetzt auch so ein ganzer Gras da, überall nachlaufen. Das Eck, so genannte Zigarettenstummel, am anderen an, oder? Das ganze Areal. Super, oder? Schau mal da. Super. Alles Raucher, glückliche Raucher in der Schweiz. Super. Alles, da könntest du jetzt über ganz, da könntest du jetzt noch 100 Meter weiterlaufen. Überall, alles voll mit Zigarettenstummel. Super. Hä? Absolut super. Schau mal, die Glücklichen. Das Glückliche Zürich. Das Glückliche ist der Volk. Super. Also, schönen Tag noch. Schau mal.